na hey ich bin der jay willkommen willkommen zurück hier bei blackfuture 80 der beta und auf meinem kanal wir schreiben das jahr 19 2019 es ist bei euch sonntag ich wünsche euch einen wunderschönen entspannten sonntag bei mir ist nach wie vor dienstag wir machen mit dem hauer los denn die letzte daily challenge so peinlich das ganze auch war war mit sioux oder nehmen wir mal los hier so ja fußabdruck aka dash granate das ist die dümmste erfindung seitdem seit dem schokoladen speer um das ganze mal mit den worten von terry pratchett hier zu beschreiben der repeater ist auch kacke dann immer doch direkt mal verwechseln wir doch die ganze zeit mal die die direkt mal auf den snake weit so wo ist der zweite hier ok ja wunderschön beschissen laufen der die letzte aufnahme muss ich ja zugeben aber was nicht sein soll soll halt nicht sein da kannst du nichts machen ich hoffe dass es jetzt besser läuft zumindest ein wenig da wir nicht ständig darauf achten müssen wo war her gedasht gekommen sind oder so das ist dann doch von vorteil den hebel alarm auslösen ja erstmal eine frühe chance eine frühe chance auf stunk das ist doch super eine frühe chance auf dem auf eventuell die ein oder andere gifte denn je mehr gegner draufgehen desto eher wird was gedroppt dass das mal klar ist hoch da bin ich ganz rangekommen ja siehste da ist doch schon die nummer eins müssen wir bloß langsam gucken dass wir hier nur die sachen abschließen wo wir auch rankommen was bist du denn die kinetische lanze das wird ein guter tag hahaha das wird ein guter tag die kinetische lanze aus und die stasis pistole alter pass mal auf wir nehmen dich und dann immer dich so ach wie geil die hat zwar auch diverse ladungen aber das soll mir egal sein also die kinetische lanze nahe kampfwaffe mit munitionsverbrauch aber was für eine nahe kampfwaffe herrlich jawohl wenn man jetzt noch den kinetischen abzug bekommen ist hier achterbahn dass das mal klar ist oh nein diesmal gibt es nur ein buddy für zwei blut okay dann nehmen wir dich doch gerne mit die buddies die haben ihr müsst mal die augen beobachten also was heißt augen die scheinwerfer von dem buddy die 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 bundes unterscheiden sich voneinander wenn man mehrere findet sieht man es noch doller die haben unterschiedliche persönlichkeiten manche wie wie er zum beispiel mit dem scheinwerfer vorne die flackern so auf und ab andere halten still andere haben irgendwelche komischen komischen elektronischen macken oder sowas das finde ich total interessant ich weiß nicht ob sie ob es das ob es das und die gehen auch immer zur elektronik falls er das sieht der fahrer sieht ich weiß nicht ob das spielerische unterschied macht welchen body man bekommt aber ja so geschosse prallen abwehr ganz geil schicker hut wäre auch geil aber ich nehme den patronen gut denn wir werden bei der kinetischen lanze bleiben wo führst du mich eigentlich hin der zeigte mal irgendwie auf die karte aber ob es ob er uns jetzt da irgendwo hin führen will oder so weiß ich nicht jeder zeigt man bloß zu den teleportern ist das auch eine eigenschaft von dem einen buddy oder machen das alle guck dir das an hassas gesehen wie geil wie geil dass sie die kinetische lanze die ganze munition die ganzen die ganzen bullets weg schießt so wo ist er jetzt steht er da oben am ausgang okay vielleicht weiß der weiß der body auch mal guck mal jetzt geht er nämlich nicht zum teleporter vielleicht vielleicht will der mich irgendwo hinführen oder der weiß dort halt auch mal zum zum kürzesten weg richtung richtung links punkt wenn ihr guck mal jetzt geht er nicht zum teleporter das ist total seltsam naja draufgeschissen geheimnisse über geheimnisse hier was haben wir da elektron nahe nicht die elektron ich wollte nicht aufnehmen was gibt es denn hier die langläufige so wo habe ich jetzt fallen lassen hier wir haben jetzt die stasis pistole und die elektronenpistole so dann tauschen wir mal die stasis pistole aus ich hoffe ja darauf dass ich einfach noch immer noch mal auch wenn ich nicht nehmen würde den black richter finde um zu testen ob die synergie mit der elektronenpistole auch funktioniert ohne den synaptischen abzug ja hatte ich ja letzte folge glaube ich schon mal erwähnt so flugpanzer die ganze scheiße einfach mal zu teuer kommen wir vielleicht ein wenig blut wenigstens dafür blutreiniger brauche ich nicht ich verwechsel den fast immer mit dem blutverdünner so komm mal für 80 machen wir einfach mal voll hier einmal voll tanken bitte so und dann geht es hier auch ach da unten geht es auch noch durch ach ja hier warte mal das müssen wir da müssen wir da müssen wir mal hin du bist aber hier dann gehen wir mal oben links lang ach gott nicht hoch genug gesprungen so was war denn hier noch ärger ärger ist immer gut oh du droppst doch direkt auch noch mal was keine munition mehr als aber schade so was bist du abgesägte schrotflinte keramik okay ich wechsel einfach mal um zu testen ob es was gibt anscheinend nicht oder nee gut dann wieder zurück zur elektronenpistole ach so und hier geht es auch noch weiter ach du scheiße die kann echt nicht die hat echt nicht viel schaden drauf aber ist halt präzise oh yeah oh yeah so ich habe aber zwischendurch auch noch keine teleporter oder sowas gesehen ach hier geht es auch noch was sind das für verschachtelte räume und direkt einfach mal nur mit einer truhe mit der gasflinte okay hast du hast du eine synergie nö na dann nicht denn nicht mehr ist ja aber auch nicht also einfach mal so ein truen raum das ist ja lustig kommt selten vor hier mein teleporter so ja hier lang sind überall waffen rum ach hier guck mal der hatte gerade schon wieder dieses herz der hatte gerade so ein herz symbol aber was mit was will er mir damit sagen er hatte gerade herzen ich habe es genau gesehen er die sau alter hallo könnte ruhig mal mithelfen hier ach gott meine güte zaghaftes vorgehen so was haben wir hier drinnen night stiletto warst du das wieder mit tauschposition und feinde alles klar dann kann ich dich nämlich nicht gebrauchen dann bist du mir quasi nicht hold so und der überein damit sein muss ach du hast auch ein geschützter bei er ist es ja super guck mal die vertragen sich bestimmt ganz toll konzentration ach keine munition mehr man verrecke endlich danke so wäre das schön gewesen wenn wir jetzt den synaptischen abzug bekommen hätten ok äh fußabdruck ich hasse dich verzieh dich zweitnutzung wäre ganz cool aber night piercer ist erstmal wichtiger das war mal ein bisschen schaden machen hier was blinkt denn mein handy schon wieder rum nix wichtiges aber blinken tun toll ok weiter geht's ich hätte gern einen ein wort gedöns äh ich weiß gar nicht wie ich schimpfen soll alter auch noch ein rot das teil heute ahau ahau man hey du hast gerade nicht dahin da angeguckt wo du hingedings hast alter was das für ein mieses mistvieh und dafür nur lausiges bisschen äh hier dingens na toll hallo ah danke dafür nur so ein bisschen lausiges cache da hätte er wenigstens mal munition droppen können gott das will manchmal gehen mir die hier total ach der nächste bitte dafür gehen wir ganz schön auf die eier manchmal ahau alter glaub ich spinne ich glaub ich spinne ach nicht mein tag nicht mein tag tja da war der rote ich weiß gar nicht wie die großen dinge heißen da war der rote dann zwischendrin doch doch zu viel gewesen der hat mir jetzt der hat mich echt zu viel gekostet dass da plötzlich so viele da auftauchen war richtig gemein so wie sieht's denn aus wo seid ihr alle da oben ok es läuft jawoll munition danke und dann kann's weitergehen man ist halt so ein bisschen so ein bisschen äh da angekommen halt äh auch von vom äh vom äh vom skill beim spiel her wo man sagt jetzt könnte es doch ab und zu mal besser laufen und man wird nicht von der situation überfordert aber manchmal ist es dann doch noch so ja also ab und zu klappt es dann doch schon ab und zu nicht immer aber öfter ok sehr gut das lief ja gar nicht mal so unübel und jetzt fängt es fängt halt auch an spaß zu machen weil man weiß äh es kann es kann gut laufen weil man weiß es ist schon mal es ist schon mal gut gelaufen und so das finde ich gut man ist mehr into quasi so hasenfote auf jeden fall hasenfote ist ja genau mein ding baby so wie sieht's denn aus was hast denn du für 40 nicht viel ne munitionsschachtel toll so agar auf 12 uhr und die stim packs ich weiß immer noch nicht was ich mit den stim packs anfangen soll die man hier so ab und zu findet ah gucke mal so jetzt gib mir was schönes bitte ich hab gesagt was schönes ach man neonchrom äh energie waffen fügen mehr schaden zu aber alle aber alle waffen benötigen doppelt munition ist doof insektenfresser nimmt sich gerade super höhere drop rate aber die waffen sind schlechter wogegen hasenfote ja heißt man findet mehr ich nehme es einfach mal und muss mir das jetzt gerade nochmal angucken hier also was macht hasenfote es werden öfters bessere waffen und gegenstände fallen gelassen also öfter und besser und öfter und schlechter also im allgemeinen gibt es jetzt die gleiche qualität wie am anfang aber öfter wenn ihr mir folgen könnt wenn ich mir folgen kann alles klar gut das heißt jetzt sollte öfters scheiße fallen und die sollte nicht so schlecht sein das glaube ich macht das soweit so was haben wir denn hier hier gibt es blut das ist total toll da gehen wir direkt wieder raus ach je ja diese und diese perks synergien finde ich auch total lustig dass man das eine oder andere na toll hier gibt es immer wieder gar nichts toll ach man bin so doof manchmal dass die perks sich manchmal gegenseitig entweder quasi ja verdoppeln oder negieren halt das finde ich total interessant halt angefangen bei so so was billigem wie zum beispiel angriffsgeschwindigkeit oder so das finde ich dann total lustig so äh noch mehr munition ausgezeichnet so was haben wir denn hier greenback repeater verschießt dein cash ok einen rostigen repeater kannst du nicht gebrauchen ich kann den rostigen repeater gegen die pistole des anfängers austauschen denn ich glaube das ding macht äh nicht das anfänger das überleben denn ich glaube zumindest der rostige repeater schießt stärkeres zeug das finde ich immer noch das finde ich immer noch seltsam hier hebel ziehen ok es kommt ein jäger aber aber das deswegen diese komische zwischensequenz ist schon ein bisschen seltsam so wo ist er denn der gute jäger der jägersmann und was haben wir hier night nail warte mal das war das ding was nicht doch tauscht auch mit den feindeplätzen scheiße irgendwas mit night war doch gewesen was nicht die plätze tauscht will ich mir gerade ein ich könnte mich aber auch irren ach seht ja selten genug wuhu so fette truhe munitionskiste kinetische lanze dankeschön da tauschen wir doch direkt mal den dagegen aus und irgendwas hat irgendwas hat es geilen wir jetzt schon wieder gekriegt schon scheiß aber auch na gut so juno und jupiter baa baa gut komm mal her hier auf die mütze fertig los au reingelatscht 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 yeah meine outro mucke klasse ich krieg euch schon noch keine sorge nr 1 nr 1 ist tot jetzt muss ich bloß auch genug munition für nr 2 haben was total nett wäre jawoll guck mal so schießt man jemanden aber nein jetzt habe ich gar keine munition mehr das ist ja nicht so schön ach guck mal abwehren tut es ja immer noch die dinger bisschen überhals oh meine fresse mit null munition kaputt gehauen und dafür gibt es ein little pitchfork ist aber auch schön dass ich jetzt trotzdem den repeater in der hand hatte äh warte mal nightpiercer könnten wir nehmen und ich glaube das machen wir auch okay so was wollte ich gerade die little pitchfork ja könnte man eigentlich machen äh ist aber entzündlich das ist ein bisschen doof ne komm wir nehmen wir behalten den rostigen repeater da haben wir gerade so schön munition für eingesammelt gehabt das war da zumindest ein bisschen im vorteil sind wow so was haben wir denn hier hau uuuh uuuu uuuh uuuuuhy uuuuhy ich würde von weiten schießen dass ich muss noch oben rankommen hier gibt es einmal mitnehmen oder sterben so was haben wir da tausche drei minuten der zeit gegen politik ja gegen volle gesundheit zwar nicht unbedingt überlebenswichtig aber ja wie soll ich sagen herauszögernd ok wir sollen nach links also und toll also gehen wir nach rechts ich muss mir echt abgewöhnen seitlich in die stacheln reinzuspringen das habe ich genau gesehen halt da oben ist noch zeug ist das geil guckt das an wie krass das aussieht ich hab grad voll die e-mails bekommen hier neue antwort auf neue antwort auf so gibt mir den synaptischen abzug weist noch einmal heute nein gemeiner und ich hasse das hat das herz der karten so sequenz optimieren hohen kombostufen wir brauchen waffen keine munition wäre natürlich super wenn es so hart auf hart kommt wird dein blut zu nein vergiss es und blutköhler kannst du genauso vergessen okay okay wo geht's denn lang nach unten rechts alles klar was bist du denn schwere blinkkanone alter what the fuck ich krieg euch alle dass das mal klar ist nein ich wollte dich nicht wechseln warte mal warte mal munitionschacht nein ach komm wo ist denn hier die dich wollte ich eigentlich verdammt noch mal ich nehme das falsche schwere blinkkanone das ist doch auch wieder mit blink heißt doch auch schon wieder zu dem extra sprint ladung ach so extra sprint ladung gewährt aha aber meine sprint ladung glaube ich auch verbraucht ne ja genau nee nee lass mal lass mal das ist mir jetzt geradezu exotisch so langsamere kugeln können wir schon schneller abzug höhere schussfrequenz ist ganz geil mit der lanze aber hätte ich natürlich auch gern ein bisschen mehr munition das heißt summa summarum können wir schneller angreifen und verbrauchen aber auch mehr extra sprint ladung wäre trotzdem super aber wir wollen ja nicht geizig sein so blut wäre schön an sich bouncer munition flugpanzer flugpanzer mit doppel l so blutreiniger es ist super brauchen wir aber nicht blutpaket können warum hat er also die große ja wohl einmal voll machen bitte und es reicht sogar noch für den panzer na gut die die kinetische lanze ist halt ein bisschen blöd dass die so wenig aufnehmen kann den flugpanzer kann man sie mehr leisten toll und die ist eigentlich fast voll 20 20 munition kann sie da sparen wir uns das mit der kohle aber ich hätte die ich hätte den teleporter nutzen können naja ist egal so endless night die mucke ist so geil kann es gar nicht anders kann es gar nicht anders sagen macht so eine gaude auch unterwegs irgendwie beim fahrrad fahren also vielleicht zu gerne sind wave beziehungsweise retrowave beziehungsweise elektrowave falls irgendjemand das interessiert wie die musikrichtung sich schimpft retrowave im allgemeinen sind es ist noch so ein bisschen sind es ist dann noch ein bisschen schmufa quasi und elektrowave ein bisschen bisschen zackiger quasi kann man eigentlich so ungefähr sagen hau doch mal wer hat dich denn jetzt hier her geholt oh gott die gehen wir alle auf die nüsse da oben was hast du die bartenkanone auch mit so einem fucking symbol obendran was hier unten der auto protektor auto hat es was mit hau zu tun munitionshungrige schrotflinte kannst du mit wahrheit halte halt noch mal kurze distanz also ich hatte irgendwas mit mit lanze gelesen das ist natürlich blödsinn so wir tauschen dich mal gegen den rostigen repeater die ist ja auch nicht schlecht die bartenkanone so und hier ist der stasis werfer drin okay jetzt haben wir hier zwei so waffen die ganz furchtbar wenig munition haben das ist das ist ein bisschen doof du hast auch nicht wirklich viel mehr ne achso dass du machst du der stasis werfer ist der mit der fetten der mit der fetten munition okay meine güte dr avalanche schwert gegen schwert nicht einkreisen lassen wo ist er denn jetzt was macht er denn da oben die ist doch so langsam die bartenkanone ist ganz schön langsam muss ich ja sagen an der mit seinem blöden hirn ach so jetzt ist die munition auch noch alle ich krieg dich ich krieg dich jawoll und blutbeutel ausgezeichnet und rin krabbeln kann man auch noch night machine gibt es dann auch noch so äh rettungsanker könnten man direkt neben sturmkern nee ich mag das nicht mit den schatten und fußabdruck sowieso nicht außer rettungsanker äh da bleibt also nur noch rettungsanker so die night mit ich wollte nicht wechseln mann warum mir das nicht immer auf das werde ich die falsche taste drücke ja genau night machine tauscht nämlich auch wieder die plätze das ist doof so der kraftwerk auch schön reingelaufen toll 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 immer wieder die werden auch langsam so ein bisschen nervig die gegner muss ich sagen fett fett wenn die alle wenigstens ein bisschen munition liegen lassen würden aber nö hallo ach da theoretisch sollte ich jetzt irgendwann zwischendurch auch leben bekommen aber irgendwie nicht na gut so jetzt ist da unten einer toll ach hier geht es gar nicht runter ich dachte ich falle hier runter na toll ach gott haben wir hier noch irgendwas was sich lohnt unten irgendwie nö nix schade okay neun munition für die eine waffe und nichts für die andere es ist jetzt natürlich nicht toll na toll hallo kann mich mal bitte hier hoch danke so ja toll und eine horde gegner dazu bitte dankeschön ich kenne ich noch nicht glaube ich doch little brother doch den kenne ich schon ja voll so little brother tauschen wir dich mal gegen die warten kann ohne weil du einfach mal mehr munition hast geht das schon wieder los das war cool wir haben noch eine minute zeit ist das schön und wir fliegen direkt mal hier überall runter ach komm ich wollte doch mal schön action machen hier habe ich irgendwie total total reingerannt gerade ja wir haben ja max level 54 quasi erreicht für die beta mir wurde schon gesagt ich soll was neues anfangen aber ich wiederholt ich wiederholt einfach noch mal noch mal gerne ich werde das machen wenn das neue projekt was kommt jetzt die jetzt ende der woche am samstag also beziehungsweise gestern für euch wenn das gut läuft mit den aufnahmen wenn das flutscht und ich ein bisschen mehr zeit habe dann werde ich mal sehen ob ich die black future 88 beta gegen was gegen was neues austausche solange sich in der beta quasi nichts tut weiter ich glaube das ist eine ganz gute ausrede dafür okay so dann wäre es das hier heute gewesen mit der black future 88 beta ich hoffe es hat gefallen ich hoffe es hat spaß gemacht bedanke mich fürs zusehen hier ist like hier jeden kommentar und so weiter den werden können und dann sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin tschüss